In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit der Imkerei und mit nachhaltiger Landwirtschaft. Wenn ich es mir recht überlege, dreht sich bei mir alles ums Essen. Was wir hier machen, ist also eine echte Herzensangelegenheit. Das hier ist eine kleine Geschichte, wie unser Essen auf den Teller kommt, beziehungsweise wie es lang genug frisch und gesund bleibt, bis es auf unseren Teller kommt. Unser Unternehmen ist ein entscheidender Teil dieser Geschichte. Wir sind der Hersteller der rentabelsten und produktivsten Systeme zur Sterilisierung und Pasteurisierung von Lebensmitteln und Pharmazeutika weltweit. Umso mehr erwarten unsere Kunden vor allem jetzt von uns, in der Industrie 4.0. Daher haben wir Trilogie entwickelt, eine Software, die genau dort ansetzt. Diese Software baut auf WinCC Professional und die Integration ins Tierportal von Siemens auf. Unsere Produkte beinhalten eine Komplettlösung von Siemens. Ein perfektes Zusammenspiel von Hardware und Software. WinCC Professional liefert uns eine einfache und intuitive Visualisierung. In diesem HMI Panel ist der IPC integriert, also kein Schaltschrank mehr nötig. Dabei ist der IP65 geschützt und hat eine solche Extension Unit, die man auch mal mit verschmutzten oder nassen Händen bedienen kann. Und man ist flexibel und steht direkt neben der Tür und hat alles im Blick. Durch dieses platzsparende Design und den effizienten Betrieb der Siemens-Lösungen erreichen wir schon im Engineering und der Inbetriebnahme eine Effizienzsteigerung von 20%. Jetzt kann der Kunde das Potenzial der Maschinen voll ausnutzen, kann sie besser in sein eigenes Skada-System einbinden, effizienter instand halten und hat einen komfortablen Fernzugriff auf Anlagendaten bis hin zu detaillierten Analysen und Vergleichen. Unsere Kunden bestimmen durchaus bei der Verwendung der Komponenten mit. Unsere eigene Trilogie-Lösung, die Integration ins Tierportal, WinCC Professional und auch solche hochwertigen Details wie das HMI Pro Panel mit der Extension Unit sind für uns echte Türöffner. Und letztendlich sind wir und unsere Kinder, naja, die Kunden unserer Kunden. Siemens. Ingenuity for life.